Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute das Zukunfts-, Gegenwarts- oder auch vielleicht schon für einige das Vergangenheitsthema Digitalisierung. Denn Digitalisierung ist das, was die meisten noch nicht richtig umgesetzt haben in deutschen mittelständischen Betrieben. Ob klein, ob groß, egal. Warum? Sonst würde es gar keine Förderprogramme dafür geben. Denn Förderprogramme für die Digitalisierung sollen die Unternehmenslenker und Entscheider dazu motivieren, noch mehr in Digitalisierung zu investieren. Ich habe Ihnen ein paar Praxisbeispiele heute mitgebracht, aber auch eine Übersicht der möglichen Förderprogramme, damit Sie daran teilhaben können, Ihre geplanten zukünftigen Investitionen im Thema Digitalisierung auch dementsprechend fördern zu lassen. Schauen wir uns eine erste Chart an, warum es eigentlich so wichtig ist, in das Thema Digitalisierung zu investieren. Sie sehen hier eine Abtragung an Zeit und auch an Veränderung. Und für viele heißt das Thema Digitalisierung ja auch Veränderungsdruck. Und nicht alle möchten sich verändern. Viele Unternehmen sagen, Mensch, das haben wir immer schon so gemacht, da müssen wir nicht jetzt noch digitalisieren. Unsere Kunden wissen ja, wie wir arbeiten, Produkte kennen die auch alle. Was soll das alles? Warum soll ich diese Digitalisierung so mitmachen? Ja, für viele ist das Handy ja schon das Endstadium der Digitalisierung, aber für die meisten Unternehmen beginnt es dort erst. Und damit Sie dementsprechend auch auf das Thema Digitalisierung und die Förderprogramme zugreifen können, schauen wir uns diese Chart weiter nochmal in Details an. Digitalisierung ist für viele ein Investitions- oder sogar Innovationssprung. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr hochtrabend, aber entscheidend ist doch, wer nicht digitalisiert, der lässt ja die Wettbewerber im gleichen Markt weiter voranschreiten, die schon digitalisiert haben. Denn Digitalisierung heißt ja auch, Standardprozesse, Standardprozesse zu automatisieren. Die Individualität bleibt auch gar nicht auf der Strecke beim Thema Digitalisierung. Das denken ja viele. Alles, was individuell ist, was zwischenmenschlich ist, wird ja auch die nächsten Jahrzehnte noch so bleiben. Digitalisierung meint auch die Wertschöpfungsverbesserung in Unternehmen. Und dafür die Investitionen sind förderfähig. Die Investitionen sind nicht dafür gedacht, Arbeitsplätze im Kern abzubauen, zu verlagern, zu optimieren, aufzuwerten, den Menschen mehr Spaß an der Arbeit zu machen. Das ist für uns auch das Thema Digitalisierung und Fördermittel zusammen. Entscheidend ist also, wer nicht digitalisiert, wird auf einem wirtschaftlichen Plateau hängenbleiben. Und der Wettbewerb wird diese Unternehmen automatisch überholen. Die müssen sich auch gar nicht anstrengen, denn Unternehmen, die digitalisieren, sind ja in der Wertschöpfung schon besser und können sich hier und da vielleicht auch einen Investitionsfehler leisten, der ja mal passieren kann, wenn sie schon vor den Wettbewerbern digitalisiert haben. Soll heißen, die Wertschöpfung von Unternehmen, die digitalisiert haben, ist ja höher. Dort ist der Wertfaktor höher. Dort sind vielleicht die Liquiditärenmittel auch vielleicht noch besser ausgestaltet, weil dort schon Prozesse automatisiert wurden. Und in den Unternehmen, die nicht so digital aufgestellt sind, wie sie es eigentlich müssten, eben Bezug zum Wettbewerb, sind ja schon in der zweiten, dritten Reihe gelandet. Die können ja schon im Wettbewerb nicht mehr mithalten und müssen zwangsweise irgendwann nur noch über den Preis verkaufen. Ja, es mag Ausnahmen geben in Spezialbereichen, aber im Großen und Ganzen ist doch das letzte probate Mittel, ein Abprodukt zu verkaufen, den Preis zu senken. Und damit werden doch Unternehmen zerstört. Also es ist doch schon viel besser für Unternehmen zu digitalisieren und das Plateau aus der Analogie heraus zu verlassen und mit Investitionssprüngen weiter in die Zukunft zu wandern und auch dort dann Wertschöpfung zu betreiben. Das ist das Thema Digitalisierung. Und das sind auch die Gründe, warum es Zuschüsse und andere Förderprogramme bei Investitionen von Unternehmen im Bereich der Digitalisierung gibt. Es sollen die Prosperität, also das Wachstum von Unternehmen weiter unterstützt werden. Es sollen vielleicht auch neue Berufsbilder entstehen, die es vielleicht auch heute noch gar nicht gibt. Und es sollen auch bestehende Unternehmensbereiche so Bestand haben können, dass sie auch noch in der Zukunft eine Wertschöpfung generieren können. Es soll auch die Arbeitsplatzsicherheit verbessert werden. Denn nur Unternehmen, die ja auch in die Zukunft investieren, werden dort ja auch Produkte absetzen können. Unternehmen, die jetzt in der Gegenwart stehen bleiben und sagen, wir machen hier nichts mehr an Veränderungen, wir bleiben so wie wir sind, die werden ja auf Dauer gegen den marktbereinigten Wettbewerb nicht bestehen können, außer dann irgendwann Kosten zu sparen. Und aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Es muss immer investiert werden und es muss immer gute Fortbildung für Mitarbeiter geben, denn dann sind auch die Mitarbeiter motiviert, haben Sinn in ihrer Aufgabe. Und ein Teil davon ist ja auch die Zukunftssicht, denn ein Mitarbeiter wird sich immer fragen, wird mein Unternehmen, wo ich heute arbeite, noch in zehn Jahren Bestand haben? Das heißt, die Geschäftsführer, die Gesellschafter, Vorstand und Aktionäre sind dafür verantwortlich, Unternehmen weiter nach vorne zu treiben in das Thema der Digitalisierung. Und dafür gibt es verschiedene Förderprogramme. Die Förderprogramme, die es da in diesem Bereich gibt, alles heute mal zum Thema Digitalisierung, sind natürlich Förderkredite. Was sagen Sie, das ist ja Kredit wie auch von der Hausbank? Das sage ich nie, ist was ganz anderes. Warum? Hier wird teilweise auf der zukünftigen Personalkostenbasis ein Fördervolumen auf Kreditbasis ausgegeben. Das heißt, ein Unternehmen, das in die Digitalisierung investieren möchte, könnte sagen, wir haben hier für die nächsten zwei Jahre ein Investitionsvorhaben vor. Wir planen ein Personalkostenvolumen von, was weiß ich, 400.000, 500.000, 800.000 Euro. Dann sieht dieses Förderprogramm vor, das ist ein Digitalisierungskredit der Förderbank hier in Deutschland, dann sieht dieses Förderprogramm vor, auf der Personalkostenbasis dort einen Kredit auszuschütten. Natürlich müssen Unterlagen eingereicht werden, es muss eine Tragfähigkeit sein, es muss eine Zukunftsfähigkeit sein. Aber hier geht es um nicht-haptische Kosten. Sie merken schon, würden wir eine Maschinenförderung als Beispiel haben, dann haben wir ja etwas anzufassen. Aber hier im Thema Digitalisierung, und das macht es auch für die klassischen Banken so schwer, das zu finanzieren, ist es ja nicht-haptisch. Sie können es nicht anfassen. Wenn Sie also mit einem Kreditgeber reden und sagen, ja, wir möchten in das Thema Digitalisierung investieren, Software, wir wollen in virtuelle Netzwerke investieren, Cloud-Service machen, dann wird jeder fragen, okay, welche Sicherheiten haben Sie, in was werden Sie denn haptisch investieren, ist das ein Haus, ist das eine Maschine, ist das ein Auto, ein LKW, ist das ein Flugzeug? Und dann kommt der Unternehmer und sagt, ja, wir arbeiten mit Software. Und dann merkt, spätestens der Letzte, das ist natürlich mit Besicherung und mit Finanzierung schwierig, etwas, was man nicht anfassen kann, was man ja auch oft gar nicht sehen kann, zu finanzieren, um dann damit die Zukunft zu erreichen. Und deswegen hat man hier spezielle Förderkit-Programme aufgelegt. Ein weiteres Beispiel ist aber auch eine Zuschusssituation. Ich habe Ihnen gleich noch ein paar Beispiele mitgebracht, aber hier nochmal vorab. Es gibt ein Zuschussprogramm, das bis zu 16.500 und respektive bis 50.000 Euro Zuschuss, also geschenktes Geld vom Staat, an den Unternehmer gibt, damit der in diesen Bereich der Digitalisierung auch investiert. Und entscheidend darüber ist, dass hier auch wieder der Antrag vorne gestellt werden muss und das Thema Digitalisierung wie alle anderen Investitionsplanungen auch vorab beplant werden müssen, damit es dann über die Antragstellung überhaupt zu einem Zuschuss kommen kann. Ergänzend gibt es auch Eigenkapitalprogramme oder auch, wie schon angesprochen, Bürgschaften und Absicherungsprogramme. Es gibt fantastische Digitalisierungszuschüsse, die heißen auch wirklich so, nicht nur Innovations- oder Investitionszuschüsse, sondern auch für dich Digitalisierungszuschüsse, damit auch hier die Wertigkeit der Investition auch dargestellt werden kann. Nehmen wir uns mal ein erstes Beispiel. Hier ist es ein Unternehmensinvestitionsvorhaben für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Ich habe noch ein anderes Beispiel gleich für Unternehmen, die wesentlich größer sind. Aber hier mal ein kleiner Einstieg. Unternehmensgröße, 8 Mann, 10 Mann oder Frau, 30 Mann, 50 Mann. Aber hier in dieses Förderprogramm ist speziell ausgerichtet auf Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Warum? Die Deutschen haben einfach ein Problem, so hat die Analyse auch von den Förderbanken gegeben, schnell genügt in Digitalisierungsprozesse zu investieren. Und den größten Problemanteil machen Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Sie sind leider noch nicht so up-to-date wie große Industrieunternehmen. Und man gibt hier Förderprogramme auf, um quasi Motivation reinzudrücken in die Unternehmen in Form von einem Zuschuss zur Investition in die Digitalisierung. Hier gibt es drei Bereiche, die bezuschusst werden. Einmal das Thema der Dienstleistung und Geschäftsprozesse. Das heißt, hier wird ein Zuschuss gegeben, wenn ein Unternehmen den, meinetwegen Vertriebsprozess, den Geschäftsprozess aus der Analogie hin holt, also aus der analogen Welt, in das Thema digitale Abbildung von Geschäftsprozessen. Das heißt, es wird aus dem klassischen, vielleicht Mensch-zu-Mensch-Vertrieb hin zu einem Online-Vertrieb umgerüstet. Das ist ein Zuschussthema. Das ist ja nicht so viel zu tun, aber es ist ein Zuschussthema. Der zweite Bereich ist die digitale Markterschließung. Das heißt, viele Unternehmen, gerade von Unternehmensgrößen bis 100 Mitarbeiter, haben das Handicap, dass sie nicht genügend in den sozialen Medien vertreten sind, dort nicht auffindbar sind, dort nicht sichtbar sind. Und das ist ein Teil der Digitalisierung und der wird bezuschusst. Und der dritte Part ist natürlich ganz wichtig, Hackerangriffe, IT-Sicherheit. Hier wird das Thema Hardware-Sicherheit und Netzwerksicherheit bezuschusst. Also wenn Unternehmen in das Thema Sicherheit für Digitalisierung investieren wollen, das heißt also Hackerabwehr, Firewall, ob Hardware oder Software, dann wird das bezuschusst. Hier ist der Zuschuss 16.500 Euro. Das heißt, hier geht man von 50 Prozent Zuschuss aus. So können Sie zurückrechnen, wenn ein Projekt bei Ihnen im Unternehmen 33.000 Euro Nettokosten verursacht, hätten Sie hier einen Zuschuss von 16.500 Euro. Wie ich finde, ein etwas kleineres Programm, aber ein super Einstieg für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Und was gibt es für Digitalisierungsförderprogramme für Unternehmen, die auch größer sind oder die auch nur 50 Mitarbeiter haben oder 10 und größere Summen investieren wollen? Das sind ja die meisten Parameter. Entweder das Unternehmen ist größer oder das Investitionsvorhaben ist größer. Dann habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht zum Thema Wertschöpfungskettenausbau in Unternehmensnetzwerken. Der Vorteil hier ist, dass auch die nicht-haptische Netzwerkerweiterung, das heißt nicht Netzwerk von IT-Struktur, sondern Unternehmensnetzwerke, das können Investitionen in Unternehmensgruppen sein, also Mutter-Tochter-Verhältnis, also so eine Holding-Struktur oder auch Joint-Venture-Bereiche. Das sind alles Investitionspositionen, die bei der Digitalisierung oftmals nicht berücksichtigt werden, weil sie ja in-house umgesetzt werden. Soll heißen, wenn Unternehmensgruppen, Unternehmensnetzwerke, die sonst bisher locker zusammengearbeitet haben, sei es durch rechtliche Gegebenheiten in Holding-Strukturen oder auch nicht rechtlich in Joint-Ventures, in Bereichen der lockeren Zusammenarbeit oder in der Wertschöpfungskette, von Blechbearbeitung bis hin zur Automobilkonstruktion oder von einem Schaltschrank hin bis zu einer Fahrstuhlsteuerung oder von einer Lebensmittelproduktion hin bis zu einem fertigen Endprodukt. Wenn diese Thematik ein Thema ist, das Sie interessiert, dann sind Sie genau richtig beim Thema, wie schaffe ich Förderkredite und Förderzuschüsse zusammen in ein Digitalisierungsprojekt. Und hier ist das Beispiel so, dass Sie 250.000 Euro als kleinere Investitionen hatten und der Zuschuss ist 100.000 Euro. 100.000 Euro bei 250.000 Euro Investitionen ist natürlich ein sehr großer Anteil. Und wie Sie das bekommen können und ob Sie förderfähig sind, das können Sie testen, indem Sie auf diese Webseite gehen. Bei fördermittel-testen.de können Sie gebührenfrei abfragen, ob Ihre Investition förderfähig ist und wie Sie am besten an die Förderprogramme herankommen.